Hey Leute, das ist die Lena, der Fabio, ich bin der Alex von der Jordi AG. Wir wollen euch heute den Druckausrüsterberuf zeigen. Kommt mit. Als Druckausrüster richtest du Maschinen ein und tust Papier zu allen möglichen Printmedien verarbeiten, wie zum Beispiel Bücher, Hefte oder eben auch Flyer. Wir sind sehr vielseitig. Wir haben jetzt neue Maschinen, die Heissfolie-Prägung machen, Blind-Prägung, die nicht gerade jeder anbieten kann und uns ein bisschen einzigartig macht. Ich finde es mega cool, dass wir in verschiedene Abteilungen reinschauen können, dass wir sehen, wo die Idee entspringt bis zum Endprodukt, das ich am Schluss verarbeite. Und das finde ich cool, weil es mega gut aussieht, weil es sich gut anfühlt und der Druck auch einfach super gut schmeckt. Wir haben einen Pausenraum, wo du am Mittag ins Essen selber wärmen kannst oder auch zubereiten kannst. Du kannst einen Kaffee konsumieren, der ist nämlich auch gratis. Und wir sind sehr zentral gelegen, weil es der ÖVO betrifft, der Bus halt eigentlich genau vor der Bude. Bei Jordi AG schätze ich sehr den familiaren Umgang miteinander. Wir sind alle Dutzis mit den Chefen. Wenn man Hilfe braucht, wird dem geholfen und ich bin mega dankbar, wie viel Verantwortung das ist, dass ich schon übernehme. So, da sind wir wieder. Wenn es euch gefallen hat, Stoß zu unserem Team, bewerbt euch. Wir freuen uns auf euch.